So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und jetzt ist eigentlich gerade Dienstag, immer noch. Ich habe heute das Video aufgenommen für die 400 Freunde. Wie ich gesehen habe, war die sehr fleißig. 17.50 Uhr startet auch schon wieder der Stream für die Spotlightstunde. Warum ruft denn jetzt der Paula-Fan an? Heute auch schon. Irgendjemand kommt an und schreibt und schreibt und ruft und ruft und macht und ruft zehnmal an und schreibt dann nur Sorry. Ich verstehe das alles nicht. Jetzt ist der Akku auch gleich leer. Ihr seht, es geht runter und drüber. Also, ich habe das Video gemacht. Jetzt hier ist gerade Dienstag. Wenn ihr das seht, ist es bestimmt schon Mittwoch. Ich wollte euch das nämlich trotzdem mal zeigen. Ich habe gesagt, 400 Freunde Feature ist aktiv. Ich hatte welche angenommen. 258 waren es. Ich hatte keine Anfragen mehr und ihr wart so fleißig. Ihr habt schon wieder das Maximum voll gemacht an Freundschaftsanfragen, die man überhaupt erhalten kann. Also, 200 Anfragen kann man schicken. 200 Anfragen stehen aus. Ja, toll. Das ist wieder mal Beste. Ich wünsche mir immer noch eine Funktion, in der man einfach auf Sortieren gehen kann. Sortiert nach Älteste oder Neueste. Denn dann könnte man direkt die Ältesten oben haben und die Neuesten unten. Das wäre für die Rates für Zuschauer ganz chillig. Und ich möchte jetzt mal fix annehmen. Und möchte euch zeigen, wen ich annehmen. Wer jetzt in die Liste kommt. Von den 200 werden es nicht alle, weil die 400 sind schon voll. Ich werde jetzt bis 400 allen annehmen. Wir haben hier Shiny, Handa Benny, SGE, Rupelboss, Pupek, Baumes, Nikes, Dark, Kumulus. Wir haben Leonie, Klopapier ist rot. Bei mir zumindest auch immer. Toru, Kiseki, Raven. Wir haben Shadow 3, der Drogen, Dino. Sind doch auch richtig bekannte Namen dabei. Herr Güthi, Jonas, Lord Endor, Johann. Was ist denn hier los? Bild weg. Und Jan Lang ist jetzt ein Wurm. Okay, wunderbar. Kenk haben wir noch dabei. Mr. Fish, Sweepwood, Monkey, Junkie, Vorbelastet, Tubi, Toast, Matsli, Bobamo, Brushguy, Starkiller, 14C. Mos Eisley, I'm Asiatik, Hey Henni, Bronex, YouTube, Ramdusch1, der Kleine vom Hannes. Wochenende, 999, Jeremy Forever, CC Paluten, Marco Zur, Perlu Taucher, Checker Leonard, Simmix, Meijin, Meijin, Stefan, der hat auch immer Meijin, 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 Klützen, Krabbi Fischer. Meijin hat auch immer tausend Accounts. Jetzt wieder Beck, Siegfried, Joris, Bufford, Ujica, Mr. Fister, Kaninschen, Humpen29. Lidl, Enepmu, Slotrainer, Tenial, 93, Lukas, Shiny King, Trauriger Teufel, SV Werder Bremen, Senfine, Jalvare, Nazariel, NetGhost, Jim Oldsbeder, WongSL, Ponito, Patsch03, Hemm13, Hm, 13, David, Schandl, Babas08 und so weiter, Nico, Jonas, ManofsGhost, David, Rokal, XPDX, Leberkassemmel, Kruse, Larry King, Miss JB, Per-Erik, Claudi, Bestes Lama, bei jedem jetzt könnte es der Letzte sein, dass irgendeiner nicht mehr reinkommt, David Raimund, so viele Davids, Kodule Taina, Slithery Tee, Soriama, Star 2018, Zocker 00, Dragonara, Jizzy Tupi, Henrakles Asmodeus, Trisky Rito, Marcellano Borano, GoPro Moritzmann, BVB Timmy, Sivuki, Ishaya, es geht immer noch, ich könnte jetzt rück und gucken, wie weit wir sind, aber jeden Moment wird es sicherlich aufhören, Zookulator, Neltarion, Jens von X, Hacker, PharmaPhilip, Itzok, Newmax, Undercover, Deep, Def Sheep, Beklopptus, Lennylulol, DJ Rock, Drive is Live, Coke, 875, hat er zwei Accounts, den habe ich doch drin, scheint ein kleiner Account zu sein, GGHG, ja egal, Shaggies, Gods, Deep Peaks, Sönde, Ben, Lukas, Siox, Siox, Vaga stinkt, kennen wir natürlich auch, L, Nice, Sturm, 111, Hugo Mayer, Echo, BFG, Maigo, Killerhamster, Itzbitchy, Too Lost For Playing, Kisses From E-Girl, Radlukas, Kanimani, Cool Freeze, Itzjametv, Aras, Dexo, aka Dani, Ninja Krokodile, Moritz, Mst, Hai Nitti, Kai, Randy Orton, 88, kennt man, Holly Dolly 2, Diskandalpara, Flutty Burbs, geht wieder rein, Alter, ist das heftig, das Gute ist, wenn ich jetzt von diesen 200 Anfragen annehme, ihr wisst, dann können Neue wieder eine Anfrage schicken, das Problem ist, es wurde heute gesagt, ja, endlich, endlich nicht mehr warten, bis man angenommen wird beim Ramses, endlich Anfrage schicken und dabei sein, aber wenn die Liste ja jetzt dann gleich wieder voll ist mit 400, dann heißt das ja trotzdem Anfrage schicken und warten, ne, deswegen, Benzo, Send Present, Steini, I love chicken, oh, und da ist die Freundschaftsliste voll, denn das müssten jetzt genau 400 sein, das heißt, ich verspreche euch, wenn ich demnächst inaktive Freunde lösche, bei so vielen Leuten werden immer mal wieder welche inaktiv sein und nix machen, ich verspreche euch, wenn ich inaktive lösche, ab jetzt werde ich fein säuberlich immer ganz runder scrollen und von unten annehmen, die Ältesten zuerst, ja, auch wenn die schon fünf Tage her sind, nehme ich die an und wer hat es nicht reingeschafft, I love chicken, Magnus Argo, Juniora Flexmann, Loti Nazio, Töni, Steven Scheinilag, Elias Citratini, Stevie Kiwi, Sepp, Kaso Kidleri, der ist letztens erst rausgeflogen, wegen Inaktivität wäre eigentlich gleich wieder reingekommen, Fade, Ego, Yogo, Psycho Weasel kennt man auch, Jon Snow kennt man, Es, 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 Syn, der Lord Ratter, wieso ist der eigentlich nicht in der Liste drin, Ravi, Rev, Shas, D3, Kumitoria 6, Grassboy 2, sagt mir auf jeden Fall auch was, Bigful, Hier, GH, kennt man, PGS, Mussorgsky, PGS, Mussorgsky 1, Kadarina, Krissi Krissi, Anlagi Urbi, Vempa, Silphi, Aaron, Kada, Balou, Ifxings, Beastover, Master, Rival, Org, Petschoboy, oh, Pierre Ernst, die Legende, Pierre Ernst, Megamexel, Isa the One, Banane, Josch der Döner, oh, Itz, Lix, Rix, Nonny, Befe, Rotri 8, sagt mir auch was, Staff, Earl, Zubate, der schmale, Granugroll, I'm Ruffy, Bandit, war auch schon mehrmals drin, ist letztens auch wieder rausgeflogen, kurz, 17, Kogo, Power, Tom, Snack, die Bone, oh, Metall, Luca, Kraudon für NT, Pogo Leo, Sine Schatzi, Jasmin, Lina, das heißt, wir haben die 400 jetzt direkt voll, aber ich werde natürlich, dadurch, dass ich die 400 voll habe, könnt ihr jetzt wieder keine Freundschaftsanfragen schicken, weil dann da steht, äh, die Liste ist voll, wenn ich einen lösche, dann könnt ihr Anfragen schicken, bis irgendwann 200 Anfragen erreicht sind und dann steht, er hat zu viele Freundschaftsanfragen, also das ist, beides ist immer an den Limit gekoppelt, ihr könnt jetzt 400 Freunde haben, dann kann euch aber keiner mehr eine Einladung schicken, deswegen lasse ich den einen frei, dass mindestens erst mal 200 Einladungen kommen müssen, bevor das ausgebremst wird, finde ich irgendwie sinnvoller, die meisten machen es ja trotzdem so, sie machen einfach voll 400 und haben ihre Ruhe, da wird auch nicht immer zu nachgefragt, wann nimmst du mich an, wann nimmst du mich an, wann nimmst du mich an, die sehen, ach, Liste voll, okay, vielleicht wäre das besser und irgendwann, wenn man mal welche löscht und irgendjemand das mitkriegt, dass man schicken kann, dann wäre das eher so ein Glücksspiel, als dass die Leute schicken und dann im Unwissen sind, äh, im, äh, in Unwissenheit da vor sich hin vegetieren, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, was ist besser, sagt ihr das? Lieber die 400 Freunde komplett voll lassen und diesen letzten Platz nutzen und wenn mal einer fliegt, selbst wenn keine Freundschaftsanfragen da sind, wenn mal einer fliegt und ein Platz frei wird, dass vielleicht man durch Zufall, wenn man mal editet, merkt, ah, die geht durch, ja, ich habe eine Anfrage geschickt, oder doch lieber, äh, 199, äh, 300, 399 frei, 399 lassen, einen frei, so dass ich wieder 200 Anfragen bündeln kann, ich meine, die löschen sich eh nach sieben Tagen jedes Mal, ich weiß es nicht, ich glaube, jetzt im Stream wird es eh ewig Fragen dazu geben, hey, nimmst du mich an, ich habe dir heute eine Anfrage geschickt, obwohl die meisten werden ja wissen, dass ich sie schon angenommen habe, was man immer noch nicht weiß, ist natürlich die Tatsache, kann man jetzt auch 200 Geschenke verschicken, oder trotzdem nur, also, jetzt haben schon 24 Leute wieder Geschenke geschickt, man kommt hier nicht mehr klar, na jentig, na jentig, was macht ihr nur, da, Redbird hat geedit, geht natürlich jetzt wieder, bis eben stande da, wegen den 200, hat zu viele offene Anfragen, jetzt kann man natürlich wieder adden, aber wenn man jetzt addet, denkt man sich, so, hab Anfrage geschickt, wann nimmst du an, deswegen, vielleicht ist es ganz gut, Hä, das ergibt ja gar keinen Sinn, wieso keine Anfrage schicken, wenn meine Freunde voll sind, müsste doch heißen, hat zu viele Freunde, ich dachte, Anfragen schicken geht nur, wenn ein Platz frei ist, ach, jetzt bin ich verwirrt, ihr auch, genau, schreibt es mir rein, was ist denn jetzt sinnvoller, 399 und 200 anstapeln lassen, oder 400 und 0 Anfragen, und dann immer nur genau der, der edit, der direkt reinkommt, so, gefühlt, so, irgendwie, das war's jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus, komisches Video für zwischendurch, kommt am Mittwoch noch vor, vor Raid am Mittwoch, vor der Raid Mania, hol mal frühs noch raus, dass ihr seht, was bei mir noch so abging, und warum mich permanent 100.000 Leute anrufen, und, äh, ja, so, das war's von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, peace out for, haut euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.